Häufig kommt es vor, dass das Display nicht richtig eingesetzt wird. Das hat zur Folge, dass die Unterstützung nicht funktioniert und dass das Display die Geschwindigkeit nicht anzeigt. Das Display sitzt erst richtig, wenn nach ein paar Sekunden die Geschwindigkeit angezeigt wird. Auch wenn der Akku nicht richtig sitzt, unterstützt der Motor nicht. Den richtigen Sitz des Akkus erkennt man anhand eines deutlichen Klickgeräusches oder an einer Bewegung des Schlüssels. Um die Uhrzeit am Display zu verstellen, muss man das Display zuerst in den Menümodus bringen. Dazu muss man die Reset-Taste und die Informationstaste gedrückt halten. Wenn man ins Menü geht, während das Display mit dem Fahrrad verbunden ist, gibt es noch ein paar mehr Funktionen als die hier gezeigten. Die Uhrzeit kann man durch Drücken der beiden unteren Tasten verstellen. Durch gedrückt halten der Taste wird das Ganze beschleunigt. Das Schließen des Menüs erfolgt ebenfalls über die Reset und die Informationstaste. Falls du noch Tipps hast für andere Urban Aero-Fahrer, lass es uns unbedingt in den Kommentaren wissen. Wenn dir das Video gefallen hat, abonniere unseren Kanal oder lass uns ein Like da. Bis zum nächsten Video.